Global CTB oder wenn wir schon wollen Global CTB, wenn wir global sein wollen. Haben Sie dort Geld investiert? Wollen Sie wissen, ob Sie eine Chance haben, Ihr Geld zurückzubekommen? Wie kann das gehen? Schauen Sie sich diesen Film an. Und, und, lesen Sie vor allen Dingen auch den Bericht dazu auf unserer Website. Ganz wichtig, denn dort finden Sie die ganzen Informationen. Der Film ist nur ganz kurz. Lohnt es sich also dort nachzuschauen? Dann wissen Sie alles, ob Sie Ihr Geld wiederbekommen können. Hallo, ich bin Eingang Badjochen Resch aus Berlin. Thema Global CTB. Es wird davor gewarnt, zu Recht. Mehrere Aufsichtsbehörden, die AFM und die CONSAP warnen davor. Ein sonderbares Gewächs. Nein, nicht wirklich. Wir haben viele. Wir sind wieder in Rousseau, in Dominika. Eine Commonwealth-gehörende Insel in der Karibik. Dort sind hunderte, wenn nicht tausende von gleichartigen Firmen. Wahrscheinlich mehr Firmen als Einwohner, dieser Insel. Und immer wieder dieselben Gauner, die dort sich registrieren lassen. Aber wir wissen natürlich, die sind nicht in der Karibik. Die sind nirgendwo in Europa. Was kann man tun? Sie können Ihr Geld zurückfordern. Sie werden merken, das klappt nicht. Sie werden gelockt. Sie sollen etwas bezahlen. Tun Sie es nicht, denn Sie kriegen trotzdem kein Geld. Was können Sie sonst tun? Die meisten machen ja gar nichts, weil sie nicht mal wissen, dass Sie betrogen worden sind. Die glauben, es ist halt schlecht gelaufen und man kann nichts machen. Manche gehen zur Polizei. Nette Idee hebt auch nicht weiter. Vor allen Dingen dient eine Strafanzeige nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Eine Strafanzeige dient zur Bestrafung der Täter. Wir hingegen verfolgen die Spur des Geldes und wir sind überraschend erfolgreich. Wollen Sie wissen, ob Sie eine Chance haben? Rufen Sie mich an unter 030 885 977 0 oder Sie können auch den Fragebogen ausfüllen, den Sie unten auf unserer Seite sehen. Also deswegen müssen Sie auf die Warnseite gehen. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose, kostenlose erste Einschätzung, ob wir Ihnen helfen können. Wir können nicht alle Fälle annehmen. Es muss hinreichende Erfolgsversichten geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir tun können, welche Erfolgsversichten wir haben und was es kosten würde. Mit dieser kostenlosen Einschätzung haben wir dann eine Grundlage, auf der Sie sich selber entscheiden können, ganz autonom, warum es für Sie sinnvoll ist, sich bei uns einzugreifen. Nutzen Sie die Gelegenheit. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wirklichkeit. be